Oder auch dessen Kinder vielleicht schon erwachsen sind, aber Enkelkinder da sind. Wie möchtet ihr als Großeltern damit umgehen? Sollen die Kinder letztlich keine Großeltern mehr haben? Sollen sie kranke Großeltern haben? Wollt ihr nicht mit den Kindern nochmal wirklich tolle Reisen übernehmen? Also, wir schreiben hier einige 16 Jahre, 14 Jahre, 5 Jahre, 7 Jahre, 6 Jahre, 12 Jahre, 14. Oh, 1,2 Jahre, 12 Jahre, also schön, dass ihr da so gut mitgerechnet habt. Also ihr seht, dass das schon eine richtig krasse Hausnummer ist. Und wer sich das jetzt bewusst macht, dem sollte klar sein, dass, ja, oder du kannst dir deine eigene Meinung bilden, ob du es so möchtest oder nicht. Und ich habe ganz klar den Entschluss gefasst, dass ich das nicht möchte, dass ich weiter viel länger gesund bleiben möchte und damit auch ein Vorbild sein möchte. Und vor allem, und jetzt kommen wir zu einem wesentlichen Faktor aus meiner Sicht, die Herausforderungen, die kommen, werden nicht zu verpassen. Es sind einige Herausforderungen, denn als Menschen sind wir relativ, wie soll ich sagen, aus meiner Sicht ein bisschen durcheinander geraten in dieser Welt. Wir haben trotz unseres fortgeschrittenen Lebensstandards, trotz unserer fortgeschrittenen, vielleicht eben auch spirituell-geistigen Entwicklung immer noch jede Menge Kriege, jede Menge Diskussionen, vielleicht sogar mit unseren Nachbarn, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern. Wie viele Probleme jeder auf einer seiner eigenen persönlichen Ebene hat, abgesehen von seiner Gesundheit, ist wirklich fantastisch im negativen Sinne. Und dann kommen die ganzen Herausforderungen dazu externer Natur, wie Naturverschmutzung oder Naturkatastrophen, Klimaerwärmung, KI-Übernahme. Die Artificial Intelligence wird immer mehr unseres Lebens bestimmen. Wir werden sehr wahrscheinlich viel mehr verschmelzen mit KI, AI. Wir werden vielleicht Konventionen aufgedrückt bekommen, die wir nicht möchten. Einen kleinen Einfluss davon haben wir schon gesehen die letzten zwei, drei Jahre, wo wir ganz knapp daran vorbeigeschlittert sind, eine Impfpflicht zu bekommen und viele andere Dinge. Du kannst zu vielen Dingen stehen, wie du möchtest und jedem sei seine eigene Meinung gebracht. Aber es wird wahrscheinlich keiner hier in diesem Raum sein, der sagen wird, okay, die nächsten Jahre werden ein Spaziergang. Wir werden immer kränker, wir werden trotz unserer wirklich fortgeschrittenen Wohlstands werden wir immer kränker. Wir werden zwar älter im Schnitt, aber ihr habt es gerade gesehen, wir verbringen 17 Jahre in nicht guter Verfassung. Und jeder, der vielleicht noch Großeltern hat, jeder, der vielleicht auch Eltern hat, die schon jenseits der 60 oder 65 sind, der wird es merken und sehen, wie der Zustand ist. Ich war bei meiner Oma vorletzte Woche, habe vier Tage auf sie aufgepasst, sie ist Anfang 80 und hat Demenz im fortgeschrittenen Alter. Das Einzige, woran sie sich erinnert, ist, dass sie ihr Leben lang viel gearbeitet hat. Und sie hat einen Satz gesagt, den habe ich auch in meine Einladungse-E-Mail geschickt, sie hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass es so schnell vorbeigeht und dass es so endet. Also sie hat manchmal noch, wie soll ich sagen, sie hat manchmal noch solche hellen Momente, wo ihr dann auf einmal bewusst wird, wie gerade ihr aktueller Status ist und wo die Angst durchkommt, dass sie jederzeit sterben kann. Und das hat mich doch schon sehr beschäftigt, denn ich war als kleiner Junge immer bei meiner Oma. Ich habe mich für mich immer gekocht. Ich weiß noch, mein Lieblingsessen war damals Jägerschnitzel mit Pommes. Heute würde ich das natürlich nicht mehr essen, aber das waren die Sachen damals, die wir in unseren jungen, ungebundenen Jahren gegessen haben. Und heute haben wir doch das ganze Wissen. Heute haben wir das ganze Knowledge, das ganze Know-how. Und deshalb kommen wir jetzt ja auch in die Lösungen. Was können wir tun? Wir wissen das doch heute alles schon, was wir tun können. Und jetzt geht es nur darum, setzen wir es um und sind wir dadurch in der Lage, einfach länger gesund zu leben. Es geht doch gar nicht um Unsterblichkeit. Es geht doch gar nicht darum, irgendwie beyond 100, 120 oder vielleicht 200 zu werden. Es geht darum, einfach mit Würde zu altern und weiser zu werden und dabei trotzdem nicht unseren Spirit, unsere Lebendigkeit, unsere Energie zu verlieren und 17 Jahre in Krankheit zu verbringen. Das kann doch nicht wahr sein. Und jeder, der darauf Lust hat, einfach besser sein Leben zu gestalten, der bleibt jetzt weiter dran. Und hier ist eine kritische Folie auf, wie wir uns nicht verlassen können. Nämlich auf, in der Regel, die Mehrheit der Ärzte. Nicht alle. Und die konventionelle Medizin hat natürlich, gerade in der Unfallmedizin und in der Chirurgie, absolut sind wir dankbar, dass wir sie haben. Aber, wie Ärzte ausgebildet werden, das wissen wir schon lange, stößt langsam an seine Grenzen. Und hier gibt es auch Studien dazu, die gezeigt haben, dass Ärzte mit ausgeprägter Marketing-Erfahrung, intensiver Kommunikation mit Kollegen eher dazu neigen, neue Medikamente zu verschreiben. Der Kontakt zwischen Ärzten und Pharmaunternehmen wird mit häufigeren Verschreibungen und höheren Ausgaben in Verbindung gebracht. Deshalb wissen wir eben auch, dass Lobbyarbeit sehr gut funktioniert. Und wir brauchen uns nicht die Augen zu verschließen, dass natürlich auch Lobbyarbeit im Gesundheitswesen zugange ist. Und vielleicht da sogar mehr wie überall sonst. Also von daher, bitte achtet immer drauf, was bekommt ihr verschrieben, was bekommt ihr gesagt von diesen Menschen. Und das Beste ist sowieso, sich von denen fernzuhalten. Es gibt sogar ein Buch, das habe ich hier in meiner Schublade, weil es mir gerade einfällt. Vielleicht finde ich es gerade kurz. Es hat mir ein sehr guter Freund empfohlen. Habe ich mir direkt gekauft. Und es heißt, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt hier seht, wie ihr euren Arzt davon abhaltet, euch umzubringen. Wie sie ihren Arzt davon abhalten, sie umzubringen, von Vernon Coleman. Selber ist er Arzt und hat dieses Buch geschrieben. Ein Buch, das sie unbedingt lesen sollten, und zwar bevor sie ihren Arzt aufsuchen. Also das hier ist auch kein Witz. Deshalb ist es so wichtig, das selbst in die Hand zu nehmen, unsere Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen. Denn andere werden sich nicht drum kümmern. Die werden sich eher drum kümmern, ums Gegenteil. So, jetzt kommen wir mal zu den Lösungen. Wie können wir hier wirklich Abhilfe schaffen? Wir wissen, dass pflanzliche Ernährung, und dafür stehe ich ja eben auch seit über zehn Jahren, die pflanzenbasierte Ernährung, es muss nicht 100% vegan sein. Keiner muss immer 100% irgendwo geben. Aber die pflanzenbasierte Ernährung, eine gesunde pflanzliche Ernährung mit einem geringeren Risiko einer Gesamtmortalität bei Erwachsenen verbunden ist. Das ist durch Studien bewiesen, auch hier die Studie unten rechts, Caulfield und Rehpolz aus dem Jahr 2018. Da brauchen wir aber auch gar keine großen Studien zu wälzen, dass wir das heutzutage wissen. Und zwar gilt hier natürlich eben auch eine pflanzenbasierte, hochwertige, biologische Ernährung. Denn auch mit Pflanzen nehmen wir natürlich total viele Antinährstoffe zu uns. Wir nehmen total viele Giftstoffe, Glyphosate zu uns. Und das dürfen wir natürlich auch nicht bedenken. Also das heißt, wir dürfen hier wirklich darauf achten, frische, unverarbeitete Nahrung zu uns zu nehmen. Ihr seht hier das Bild. Sprossen gehören aus meiner Sicht zu täglichen Aufnahmen. Und die sind so einfach zu implementieren. Wenn ihr keine Sprossen habt, geht die raus und holt euch ein paar Wildkräuter. Aber das ist ein Grundbaustein, weil sie Enzyme haben, die sonst nirgendwo mitgeliefert werden. Das ist also lebendige Pflanzennahrung mit Chlorophyll, mit Enzymen. Und das sind die Treiber unserer Gesundheit. Es bringt also nichts, immer nur Möhren, rote Beete, vielleicht mal irgendwie einen Kopfsalat zu essen und dann irgendwie vegane Fleischersatzprodukte, sich immer Linsen zu kochen und so weiter. Da ist auch relativ wenig Leben drin. Wir brauchen aber Leben. Wir brauchen vor allem das Grüne. Also das heißt, das Chlorophyll, das ist das Lebenselixier, weil es unserem Blut sehr ähnlich ist. Und natürlich brauchen wir eine ausgewogene pflanzliche Ernährung. Das ist natürlich auch ganz klar, will ich gar nicht in Abrede stellen. Es geht nicht nur darum, grüne Blätter zu futtern, aber es ist eben wichtig, lebendige, enzymhaltige Nahrung zu sich zu nehmen. Und das ist der Unterschied zwischen einem Veganer, der einfach sich vielleicht einfach nur tierfrei ernährt oder darauf achtet, dass er nicht irgendwie tote Nahrung zu sich nimmt, zu einem, der wirklich in seiner Fülle ist, der wirklich thrivet, der wirklich Glanz in den Augen hat, der fit ist, der Energie hat. Denn diese Enzyme, die helfen dabei, unsere Nahrung überhaupt zu verdauen. Und es bringt mir nichts, wenn ich einen Haufen Linsen, Bohnen und was weiß ich esse und die kleben in meinem Darm fest, dann bringt mir auch diese ganze gesunde Pflanzenbasierte Ernährung nichts. Also hier bitte darauf achten, dass ihr lebendiges, grünes Gemüse, Sprossen, Wildkräuter etc. in eurem Tagsplan habt. Und das ist das Schöne, kosten fast nichts. Also es geht hier nicht darum, dass ihr jeden Tag in einen Bioladen reinlaufen müsst und sagen müsst, okay, das Geld habe ich nicht. Hier ein schöner Beispiel, mein neues Lieblingsbeispiel, Beef versus Broccoli. Wer kennt den Vergleich? Hand hoch. Wahrscheinlich noch keine. Der war für mich nämlich auch neu. Hier seht ihr anhand von den Kalorien, also 100 Kalorien in Steak und 100 Kalorien in Brokkoli gegessen, wie die unterschiedliche Nährstoffverteilung ist. Und jetzt schaut euch das an. Eisen hat das Steak 0,7 Milligramm, der Brokkoli 2,1 Milligramm. Magnesium, Steak 9 Milligramm, Brokkoli 61 Milligramm. 6 Milligramm, Protein, das Steak 8 Gramm, der Brokkoli 11 Gramm auf 100 Kilokalorien. Und das muss man sich jetzt mal vor Augen zergehen lassen, dass es ja immer heißt, dass die Fleischesser und die Flexitarier mehr Protein bekommen. Das stimmt überhaupt nicht, wenn wir das auf Kalorien runterrechnen. Pork versus Algae, also das heißt, Schweinefleisch gegen Algen. Und zwar hier ist die Chlorella genannt. Wir können es auch die Spirulina nennen. Auch wieder auf 100 Kalorien gerechnet, unglaubliche Unterschiede. Schaut euch nur mal den Vitamin A Bereich an. Welche Welten das sind. Ihr seht das alle, Magnesium, welche Welten das sind. Ja, aber hingegen auch das Saturated Fat, also die gestätigten Fettsäuren. Bei Schweinen vielleicht 2 Gramm, bei Chlorella 0 Gramm. Schlechtes Cholesterin, 33 Milligramm beim Schwein, 0 Gramm bei Chlorella. Ja, Protein, ganz klar, Chlorella mehr. Spirulina hat sogar noch mehr Protein. Also hier sind Welten da und die dürfen wir uns vor Augen zergehen lassen. Und deshalb übrigens auch Algen, das finde ich eines der Weltnahrungsmittel schlechthin uns so günstig zu haben. Wir haben jetzt eine Quelle und da kann mich jeder auch im Anschluss gerne anschreiben, wo wir deutsche Rohkost-Biospirulina, also aus Deutschland, regional, rohköstlich, nie über 40 Grad erhitzt, in Bioqualität, ohne jegliche Dünger, für ungefähr 80 Euro das Kilo bekommen. Guckt euch mal um, ihr kriegt überall 100 Gramm für ungefähr 20 Euro, wenn es einigermaßen gute Qualität ist und aus Deutschland ist. Das meiste kommt aus China. Bitte kauft euch niemals China-Ware, wenn es um solche gesundheitstechnischen Dinge geht. Das heißt, ihr kommt im Schnitt, wenn ihr das normalerweise kauft, auf pro Kilo ungefähr zwischen 180 und 200 Euro. Das ist schon relativ viel Geld. Nehmen wir an, ihr würdet jetzt jeden Tag 50 Gramm Chlorella oder Spirulina essen, was ich persönlich tue, weil es einfach die Chlorophyll-Bombe ist, weil es die Eiweiß-Bombe ist, übrigens Chlorella und Spirulina nachgewiesen, in denen, die wir haben, auch Vitamin B12 enthalten und zwar bioaktiv und Protein ohne Ende hat. Das heißt, wir kommen auf ungefähr 80 Euro für ein Kilo. Wer also daran Interesse hat, ich habe hier im Hintergrund vier Pakete. Also vielleicht mal hier, kam heute erst hier, das ist ein Riesenpaket, das sind zwölf Kilo Spirulina aus Deutschland drin, bio. Also wer davon was haben will, kann sich gerne melchen. Gut, gehen wir mal weiter. Also, das ist die pflanzenbasierte Ernährung. Dann, wir wissen es alle, Move, Mind and Body, extrem, extrem wichtig. Also, beweg dich und zwar nicht nur den Körper, sondern auch den Geist. Und da kann Ramona euch so viel dazu schreiben. Ramona dreht nicht gerne für die Kamera, Aber sie weiß, wie es wichtig ist, Meditation, Inspiration sich zu holen von so vielen Menschen. Das ist so eine riesige Quelle, weil wir vor allem damit Stress vermeiden. Und Stress ist aus meiner Sicht der Nummer-eins-Killer. Und zwar nicht nur aus meiner Sicht, sondern aus den ganzen Longevity-Experten ist Stress der Nummer-eins-Killer. Denn Stress beeinflusst alles in unserem Körper. Unsere komplette Physiologie und ganz, ganz viel mehr. Könntest du dann Präsentation auf Vollbild stellen? Ja, mache ich, Ramona. Ich sehe jetzt erst gerade den Chat. Mache ich Algomet. Algomet, ja, Algomet ist ein Hersteller von Chlorella in Deutschland. Die stellen wir nur Chlorella her und die ist nicht bio. Ja, also die ist sehr, sehr gut. Ich habe die Chlorella-Alge auch hier von Algomet. Wir bekommen ja im Hipocket-Institut Großhändlerpreise. Deshalb, ich bin ein Riesenfan von Algomet. Aber die machen nur Chlorella. Die Spirulina kommen sich auch zu. Kann ich sicher sein, dass bei Dents Spirulina und Chlorella nicht aus China kommen? Weiß ich nicht. Da musst du hinten drauf gucken. So, Stress muss nicht unbedingt im Alter abnehmen übrigens. Das ist, glaube ich, ein Irrtum. Denn Stress entsteht natürlich eben auch durch Krankheit. Also wenn ich mir im Alter mehr Sorgen machen muss, dass ich weniger leistungsfähig bin, dass ich kränker werde, dass ich nicht mehr so viel Energie habe, dass vielleicht meine Rente nicht reicht. Weiß ich nicht. All das Mögliche. Das bedeutet, hier oben entsteht ganz, ganz viel Stress. Ich merke das bei meiner Mama. Die ist jetzt Mitte 60. Also noch relativ jung. Anfang Mitte 60 ist die. Und da kommen jetzt Wehwehchen immer mehr. Und wie viel Angst sie hat, dass da immer wieder was passiert. Und das ist Stress auf höchstem Level. Und das killt wirklich die Gesundheit. Und das lässt dich älter werden. Das lässt dich lärmen. Du hast keinen gedanklichen Freiraum mehr für die wirklichen Herausforderungen, die du hast. Sobald du in den Angstzustand kommst, und jeder kennt das, wir alle haben Angst in gewissen Situationen. Sobald du aber Angst hast, hast du Stress auf höchstem Level. Und dem darfst du entgegen gehen. Und da hilft körperliche Bewegung und geistige Aktivierung. Vor allem über Meditation. Das ist eben also ganz, ganz wichtig. Gut. Wenn ihr bisher Fragen habt, gerne in den Chat rein. Ich gehe jetzt mal auf das Vollbild hier. Moment. Genau. So, Move Mind and Body war wichtig. Dann natürlich aus den Blue Zones. Die wichtigste Erkenntnis. Wer kennt die Netflix-Doku über die Blue Zones? Ah, das sind schon einige. Also wer sie noch nicht gesehen hat, kann ich absolut empfehlen. Sehr, sehr schön aufgemacht, weil er sah, weil er aus den einzelnen Blue Zones, also aus den fünf bisherigen Blue Zones, die es gibt, ich vertrete die Theorie, dass diese Blue Zones nicht viel länger mehr die Blue Zones sein werden, weil in diese Gebiete mittlerweile auch immer mehr der westliche Standard reindringt, die Umweltvergiftung immer mehr zunimmt und dementsprechend sie ihren alten Lebensstil nicht mehr so krass leisten können, als was Ernährung und Bewegung und so weiter angeht. Deshalb, wenn sich die Blue Zones ändern und in dieser Netflix-Doku wird auch eine neue Blue Zone zum Beispiel dargestellt, und zwar ist das die aus Singapur, wo sie ganz viel machen, im Hinblick auch auf Seele und Purpose, wo sie die Stadt begrünen und vieles mehr machen. Und genau das sind die neuen Geschichten, wie wir quasi unser modernes Leben mit den alten Prinzipien verbinden können. Und da spielt unser Purpose, der Sinn im Leben, der spielt die größte Rolle bei den, also das hat er herausgefunden, dass Blue Zones übergreifend, egal wie die sich ernähren, egal wie viel die sich bewegen, egal wo sie leben auf der Welt, dass übergreifend der Sinn im Leben das entscheidende Prinzip ist, dass du lange und glücklich und gesund lebst. Also der Sinn im Leben ist eines Entscheidendes und damit haben wir auch einen Antrieb, damit haben wir eine Seelenaufgabe, dass wir die finden und dass wir die fulfilen können, also erreichen können, und das ist extrem wichtig. Und da kann jeder für sich selber nur sich die Frage stellen, weiß ich den? Weiß ich meinen Sinn? Weiß ich meine Vision? Habe ich die jeden Tag in meinem Herzen? Sehe ich die vor meinem inneren, imaginären Auge? Freue ich mich jeden Tag darauf? Und diese Freude, die setzt wieder Energie frei. Die befreit uns von der Angst, weil wir leben ja immer noch in einem dualen System. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, aus meiner Sicht. Also entweder bin ich in der Leichtigkeit und in der Freude oder ich bin in dem Mangel und in der Angst. Also das heißt, gehe ich doch mehr in Leichtigkeit und Freude, dann habe ich weniger Zeit, im Mangel und in der Angst zu sein. Und das machen die Blue Sons mit Kine. Die sind leicht, die gehen leicht ins Leben rein. Die machen sich nicht so viele Sorgen, natürlich eben auch, weil sie total viel in der Gemeinschaft sind. Und das ist eines der anderen Dinge. die Gemeinschaft, die sie haben, dass sie nicht alleine sind. Die 45-jährige Single-Frau oder Mann in einem deutschen Mehrfamilienhaus, in einer Großstadt, die nicht mal ihren Nachbarn kennt, in dem 100-Parteien-Haus, da muss ich sagen, das sind die gefährdesten Leute. Egal wie gesund die sich ernähren. Und da darf jeder für sich klarstellen, will ich das? Ist das mein Traumleben? Das ist bestimmt schön, mal für eine gewisse Zeit. Aber dafür sind wir Menschen anscheinend nicht gemacht. Deshalb sind Menschen, die Kinder haben oder natürlich eine erfüllende Partnerschaft haben oder Großeltern sind oder adoptiert haben, die sind in der Regel die glücklicheren Menschen. Und guess what? Warum haben wir in Deutschland so viele Haustiere? Es gibt, glaube ich, mehr Haustiere als Kinder auf dieser Welt in Deutschland. Weil sie ein perfekter Ersatz sind dafür. Also meine Eltern, wir sind drei Kinder, ich bin der Älteste, dann habe ich noch zwei jüngere Brüder, aber die sind natürlich alle auch schon längst aus dem Haus. Der Hund ist vor einem Jahr gestorben und drei Monate später war der nächste Hund da. Auch wenn sie gut gesegnet sind mit Enkelkindern und wir besuchen sie auch am zu, aber dieses Alleine-Sein, das ist nichts. Also deshalb sind wir die Weltmeister im Haustier haben, weil wir im Schnitt auch relativ isoliert leben in Deutschland, Österreich, Schweiz und in den westlichen Ländern und das macht krank. So, zu guter Letzt gibt es Boosters. Also ich frage mich immer, da gibt es ja immer total viele Verurteile. Ja, das ist doch nicht natürlich, so viele Pillen zu schlucken oder es ist doch nicht natürlich hier, wie ich jetzt so hier diese Chroma-Watch anhabe auf dem rechten Bild, es ist doch nicht natürlich, sich über Laser irgendwie Lichtimpulse in die Haut zu jagen oder es ist doch nicht natürlich, Algen zu futtern. Aber ich frage mich immer, hey, was ist denn, was ist denn der Standard an Natürlichkeit? Ist es natürlich, dass wir zwei, dreimal im Jahr um die Welt rumfliegen, um irgendwelche Termine wahrzunehmen? Ist es natürlich, dass wir eigentlich nur noch in der Wohnung leben und kaum noch Sonnenlicht bekommen? Ist es natürlich, dass wir acht Stunden in Computer, Handys und sonst irgendwo reingucken? Ist es natürlich, dass wir nirgendwo mehr barfuß durch die Welt laufen? Ist es natürlich, dass wir drei, viermal am Tag essen und dann auch noch Fertiggerichte und alles Mögliche? Also wo setzen wir denn an, was natürlich ist? Und dann wollen wir aber behaupten, dass wenn wir Tabletten nehmen, Pillen schlucken oder wenn wir den natürlichen oder ich sage jetzt mal den wissenschaftlichen Fortschritt nutzen, dass das dann auf einmal schlecht ist, weil es nicht mehr natürlich wäre oder ein EMF-Gerät tragen. Also ich habe immer eine EMF-Kette in meiner Tasche. Es ist doch auch nicht natürlich, dass wir dauerhaft Internet haben, 5G, 6G, 7G jetzt bald. Das ist doch nicht natürlich, aber wir wehren uns dagegen, dass es unnatürlich wäre, uns davor zu schützen. Oder wenn jetzt wie jetzt, ich habe heute 10 Minuten die Sonne gesehen, Leute. 10 Minuten. Warum sollte ich mir nicht über die Chroma Watch wissenschaftlich bestätigt, über viele hunderte Studien, Licht holen in meinen Körper? Oder warum soll ich nicht eine Vitamin-D-Pille schlucken, wo ich ganz genau weiß, dass Vitamin D in den Wintermonaten total krass aufgebraucht wird und ich sowieso Vitamin D verbrenne, weil ich so einen krass aktiven Lebensstil habe. und ich auch genetisch davon oder genetisch modifiziert bin, wenig Vitamin D zu absorbieren in meinem Körper. Ich nehme Vitamin D nicht gut auf. Warum sollte ich dann das nicht supplementieren? Und sorry, Leute, wenn ich da so wirklich energisch werde, weil da gibt es Menschen, und vielleicht zählst du dich dazu und bitte fühle dich da nicht angegriffen. Da gibt es aber Menschen, die vermeiden das wie Teufel der Weihwasser, weil sie sagen, es wäre unnatürlich. Aber wir leben in einer unnatürlichen Welt und da dürfen wir eben auch mit nicht natürlichen Mitteln dem entgegenwirken, was wir unnatürlich auch jeden Tag unbewusst konsumen. Und dieser Gedankenvorgang, der darf einigen mal klar werden. Aus meiner Sicht. Es geht nicht, dass du ein unnatürliches Leben führst, unnatürlich dich ernährst, unnatürlich lebst, dich fast nicht mehr bewegst, ständig EMF und Strahlung ausgesetzt bist, aber auf der anderen Seite nichts dafür tust, weil du sagst, es wäre unnatürlich. Okay, also ich glaube, ich habe das dargestellt. Deshalb nehmen übrigens auch alle Longevity-Experten Supplements. Die gehen alle in die Infrarotzaun. Die trinken alle grüner Tee und Matcha bis zum Abwinken. Der eine nimmt 120 Supplements. Das mag auch für mich übertrieben sein. Der andere nimmt nur 5. Und wenn es dann die heiligen 5 sind, Omega-3, Magnesium und so weiter. Und das sind wichtige Dinge. So, und jetzt, Britta, du schaltest gerade dein Video an. Super Tipp. Weil du bist ja quasi die Expertin und hast ja so viel Erfahrung schon, was zum Beispiel Vitamin-D-Mangel angeht. Was zum Beispiel, dass wir gar nicht mehr in den Fettstoffwechsel kommen durch unsere Lebensweise. Erzähl doch einfach mal zwei, drei Minuten aus deinem Background, wie wichtig es ist und vielleicht welche Faktoren oder welche Hinweise darauf hindeuten, dass man sich mal damit beschäftigen sollte, ein paar lebensnotwendige Mineralstoffe in seinen Körper zu lassen. Ja, super Vortrag. Also ich bin ganz geflasht. Vielen Dank, lieber Christian. Hast du toll aufgebaut und du erzählst so viel Wahrheit. Es ist so wahr, was du sagst. Wir leben unnatürlich und werden uns die natürlichen Dinge zuzuführen, zu supplementieren, was wir dringend brauchen. Ich sitze hier noch in der Praxis. Ich habe jeden Tag die Patienten vor mir mit Zivilisationskrankheiten, die wir durch diese ganzen Maßnahmen, wie du sagst, Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit, das ist mein Credo, total reduzieren können und wirklich wegkommen von der Schulmedizin. Ich bin beide mit der Akutmedizin, die wir brauchen. Chirurgen und akuten Fall greifen wir auch dazu, aber die können wir wirklich minimieren und du hast die Best-Five-Supplements gesagt, also ich bin ja mit die Aktivist im hochdosierten Vitamin-D-Therapie bei Autoimmunerkrankungen. Ja, hin zu wie kriege ich Diabetes geht förmlich durch die Decke. Unser jüngster Patient war zwei Jahre alt mit einer Diabetes 2 Typ 2 Diagnose, das muss man sich mal vorstellen. Alzheimer-Demenz wird heute als Diabetes 3 gehandelt und das ist alles ernährungsbedingt und Mangel, einfach Mangel, weil unsere Autoimmunreaktionen nicht mehr so sind, wie wir die brauchen und das ist ganz klar, Vitamin D ist autoimmunregulierend und da aufzubauen, Omega-3-Fettsäuren super wichtig, ein gutes Verhältnis Omega-3, Omega-6 zu haben, Calcium-Magnesium-B-Komplex extrem wichtig und ich bin natürlich der Verfechter, dass wir mal wieder lernen, in den Fettstoffwechsel zu kommen. Der Fettstoffwechsel, so sind wir alle auf die Welt gekommen, sonst gäbe es uns so nicht. Wir hätten uns nicht entwickeln können mit eigener Atmung in der Lunge, mit dem Gehirn, was dann wächst und die ganzen Organe und wir auch als Mensch heranwachsen. Das machen wir im Fettstoffwechsel und nicht im Kohlenhydratstoffwechsel, was wir ungefähr dann alle verlernt haben, wenn wir die erste Butterbrezel oder den Butterkeks im Kinderwagen bekommen, dass wir ruhig und still sind oder waren. Ja, das war ich genauso, aber das tut einfach gut, mal zu sagen, wie viel Kohlenhydrate esse ich eigentlich am Tag und was kann ich da Besseres tun, als mich mit Zucker zu ernähren. Und das ist ganz klar mit guten Fetten, um in den Fettstoffwechsel zu kommen. Fette und Ketonkörper dann, die wir aus Fett in der Leber produzieren, ist der richtige Treibstoff für uns. Was wir machen ist, wenn ihr ein Auto habt und einen Diesel fahrt und dem Superbenzin fährt, dann fährt das Auto keine 200, 300 Meter mehr, dann müsst ihr das entlüften und das alles ablassen. Das ist der falsche Treibstoff für diesen Motor und das machen wir jeden Tag mit Kohlenhydraten. Wir tanken den falschen Treibstoff für unsere Organe. Das hält der Körper 150 Prozent aus. Wir haben super Reserven und wir nutzen es auch aus. Bis 151 Prozent und dann tut es echt weh und aua und genau. Ja, und deswegen bin ich da absolut der Verfechter von der Low-Carb-Ernährung, von der Ketogen-Ernährung, unterstützt mit Exogen-Ketonen, die gehören bei mir zu der Best-Five dazu, die trinke ich seit vier Jahren, entzündungshemmend. Ja, also einfach richtig gut, ich habe keinen Hunger mehr, ich brauche keine Kohlenhydrate, ich habe heute natürlich einen Lebkuchen vom Nikolaus hier liegen gekriegt, der wird, genau, ist natürlich Deko. Ja, und hier jemand hält die, Matthias hält die exogenen Ketonen, warnt exogene Ketone, genau, super, daumen hoch, kann ich extrem empfehlen. Ja, tut was, kommt, ja, Keto ist natt, wunderbar. Ja, schön, Matthias, klasse. Also, das sind die Dinge, und ja, ihr habt Kraft, ihr schlaft besser, ihr seid, kommt runter mit Bluthochdruck, Insulin wird besser, die Insulinresistenz verbessert sich. Ja, das ist das, was ich jeden Tag vermittle und in die Welt tragen darf, das ist wirklich mein Herzensprojekt. Menschen mit Autoimmunerkrankungen, chronischen Krankheiten, Zivilisationskrankheiten, da über Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, orthomolekulare Medizin, was die Mikro- und Makro- Nährstoffmedizin ist, und wir einfach gucken müssen an Blut und Laborwerten, Urinwerten, was muss supplementiert werden, das soll ausreichend sein, genügend sein, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass der Körper alles hat, um die Selbstheilungskräfte zu aktivieren, aktivieren zu können, und das hat Christian super gut geschildert, da ist vieles dabei, was ihr super gut in euer Leben integrieren könnt. Ich sage immer wieder, auch mal nachgucken, lasst mal einen Fettstoffwechsel überprüfen, ja, checkt mal den Omega-3, Omega-6-Faktor bei euch im Blut, und guckt mal die ganzen Elektrolyte an, was fehlt euch, und ganz, ganz wichtig, die Eiweiße. Wir haben alle immer wieder in Laborwerten, sehe ich das, einfach einen Eiweißmangel, ja, und die Kohlenhydrate sind einfach richtig zu viel. Genau, das in 2,35 Sätzen, in zwei Minuten, könnt ihr noch viel mehr erzählen, machen wir vielleicht extra nochmal einen Call, aber gerne dürft ihr Kontakt zu mir aufnehmen, ich stehe dir sehr gerne zur Verfügung. Dankeschön. Also in den Chat seht ihr die Gruppe, unsere Zuckerfrei-Gruppe, zu der mich auch Britta motiviert hat, und auch zu den Ketonen, die für mich eben auch ein Standard sind, im Optimalfall können wir immer wechseln zwischen Glucose- und Fettstoffwechsel, und die Leber produziert die, aber in manchen Situationen ist es eben sinnvoll, die eben dann auch exogen zuzuführen, auch das ist ein megakrasses Supplement, mit vielen Patenten, wissenschaftlich erforscht. Also da gibt es ganz viele, also wir lieben Dank, Britta, auch für deine Inspiration in meinem Leben, und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, zu dem wir jetzt weitermachen, und ich verspreche euch, das dauert nicht mehr länger wie 10 oder 15 Minuten, aber es scheint ja doch für die meisten hier ziemlich interessant zu sein, dann sind wir aber auch durch, ein großer Faktor ist natürlich im Leben, eben auch hier, ich habe es nochmal abgekürzt, mit LGDP, das sind tolle Menschen in unserem Leben, die uns glücklich machen, die uns begeistern, das sind Mentoren, ja, früher hatten wir alle Mentoren, nämlich in der Regel unsere Eltern, unsere Großeltern, und deren Freunde, mit denen wir dann quasi im Verbund gelebt haben, heute ist es leider so, dass wir sehr viel für uns alleine leben, dass wir eher isoliert sind, und damit auch weniger Mentoren in unserem Leben haben, für mich sind Mentoren hier, wie zum Beispiel dieser japanische Teebauer, den ich in Japan kennenlernen durfte, der sein ganzes Leben lang Tee angebaut hat, und er ist eines der ruhigsten und glücklichsten Menschen gewesen, den ich kennengelernt habe, oder hier rechts meine Tochter, also das sind für mich Mentoren, das sind für mich Menschen, die mich glücklich machen, und die sind ganz, ganz wichtig, und unter LGDP sind folgende Dinge zusammengefasst, und zwar ist das, ich gehe mal ganz kurz nochmal zurück, das nennt sich Love für Liebe, G für Gratitude, also Dankbarkeit, Dankbarkeit ist der ultimative Booster, wenn ihr das Leben eurer Träume haben möchtet, Dr. Joe Dispenza sagt es immer wieder, je mehr Dankbarkeit ich für mein Leben spüre, desto schneller werden meine Träume Realität, und natürlich, je mehr ich in der Liebe bin, statt im Hass, in der Diskrepanz, in der Separation, je mehr ich in der Liebe, in der Dankbarkeit bin, desto schneller und glücklicher bin ich natürlich auch wiederum, desto weniger Stress habe ich, also das ist die, das ist ja quasi die physische Repräsentation, der Stress ist quasi zwischen Angst, Separation und all diesen negativen Emotionen ist Stress der Mittelfaktor, bevor es dann sich in physisch, biologisch im Körper durch Krankheit zeigt. Und das kann ich durch Liebe, Dankbarkeit und dann eben auch D für Desire, also das heißt mein Wunsch, meine Vision, mein Ziel und das kann ich dadurch einfach ja quasi eliminieren. Dadurch kann ich ein glückliches, gesundes, dankbares Leben führen und das, das ist mehr oder weniger die Formel für dieses gesunde, lange, glückliche Leben und dann kommt automatisch die Bewegung, dann kommt automatisch diese Dankbarkeit, dass mein Körper überhaupt bewegen darf, dass er da ist für mich, dass er, und dann will ich mich doch um ihn kümmern. Und hier nochmal vielleicht ganz kurz zusammengefasst, so ein bisschen übergreifen, what heals, what kills, das ist von meinem Mentor Dr. Brian Clement aus den USA, der ja auch der Direktor des Hippocytus Health Institute ist, welches wir in Deutschland führen, der hat diese Slide zusammengefasst und sagt eben auch, das sind, links sind die heilenden Sachen und dazu gehört nicht nur eine gesunde Ernährung, dazu gehört nicht nur Bewegung, dazu gehört nicht nur ein guter Schlaf, sondern eben diese Dinge wie Erfüllung, wie Dankbarkeit, wie Friede, die mentale Gesundheit, über die Meditation und vieles mehr. Aber was stößt? Christian, ich würde, alles was du sagst, die Achtsamkeit, ist doch eine gute Überschrift für das alles, die Dankbarkeit, die Liebe, den Frieden in mir,